dieser mercedes benz c 270 steht hier zum verkauf fünf personen haben in dem schwarzen fünftürer platz der kilometerstand des wagens liegt bei unter 160.000 km die erstanmeldung der kombi besitzt zahlreiche ausstattungsdetails wie esp xenon scheinwerfer party gefilter dachrailing einparkhilfe und noch vieles mehr unter der haube gibt der diesel eine leistung von 170 ps an ein automatikgetriebe ab der angegebene verbrauch liegt bei 7,4 litern pro 100 kilometer kontaktieren sie uns wir beantworten gern ihre fragen